Das ist voll schwer. Die 1 gehen, eine geile Tour spielen, mein körperliches Level noch weiter nach vorne bringen. So, dann kommen wir jetzt mal zu 1, 2 live ran und da schaue ich mal. Pipan fragt, na was sehe ich denn da an der Wand? Hier oder was? Ist das nicht Kuba? Siehst du, das passt ja zu meinen Reisezählen. Was sehen wir hier an der Wand? Wir sehen hier im Hirntodstudio eitliche Ice-Tea-Platten an der Wand, weil wir hier einen großen Fan anscheinend in diesen Hirntodreihen haben. Ja, es sind viele Sammlerstücke, einige sind bestimmt auch nicht mehr erhältlich, beziehungsweise haben auch einen etwas höheren Wert. Ja genau, was sieht man noch Schönes? Eine Platin-Platte von No Limit Top Dog, auch eine unfassbare Geschichte. Eine Sache muss ich ja jetzt hier nochmal festhalten, weil es ist wirklich, ich glaube, was absolut Innovatives, noch nie zuvor ausgesprochen ist. Du bist zwar ein gebürtiger Berliner, aber kein waschechter Berliner, haben wir festgestellt. Ja, wir haben uns vorhin kurz unterhalten. Genau, das ist.